Widder. Wir beginnen heute mit deinem täglichen Horoskop und legen im Anschluss deiner heutigen Tarotkarten. Los geht's! Ein alter Freund oder eine alte Freundin, die du schon lange nicht mehr gesehen hast, könnte heute wieder in deinem Leben auftauchen. Dieses Wiedersehen könnte bei einer gesellschaftlichen Veranstaltung oder sogar in einem persönlicheren Rahmen wie einem Familienbesuch stattfinden. Deine sozialen Beziehungen, einschließlich Freundschaften und Gruppenaktivitäten, sind zu dieser Zeit besonders erfüllend und geben dir ein Gefühl von Sicherheit und Vergnügen. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um neue Interessen zu entdecken oder dich weiterzubilden, vor allem im künstlerischen Bereich. Wenn du dich für Kurse oder Workshops in künstlerischen Bereichen anmeldest, kannst du nicht nur deine Fähigkeiten verbessern, sondern auch dein soziales Netzwerk stärken und alte Freundschaften wieder aufleben lassen. Durch die heutige Planetenausrichtung fühlst du dich energiegeladen und motiviert, auch wenn du dich manchmal überforderst. Um diesen positiven Schwung beizubehalten, solltest du auf eine ausgewogene Ernährung achten. Ziehe in Erwägung, deinen Brotkonsum zu reduzieren und deinen Wasserkonsum zu erhöhen, da eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr für dein allgemeines Wohlbefinden entscheidend ist. Wenn du versuchst, leicht zu fasten oder jeden zweiten Tag eine leichte Mahlzeit zu dir zu nehmen und dabei vor allem auf Kohlenhydrate und Milchprodukte verzichtest, kann sich dein Energielevel spürbar verbessern. Eine solche Ernährungsumstellung kann dazu beitragen, dass du dich leicht und vital fühlst und deinen aktiven Lebensstil unterstützt. Vielleicht stößt du heute online auf ein verlockendes Angebot. Bei deinem derzeitigen Gemütszustand lässt du dich vielleicht leicht von den versprochenen Vorteilen überzeugen. Sei jedoch vorsichtig und skeptisch, denn dein Eifer könnte dazu führen, dass du in die Irre geführt wirst oder über alte Entscheidungen triffst. Es ist wichtig, dass du dich gründlich über die Glaubwürdigkeit von Online-Angeboten informierst, bevor du dich darauf einlässt. Vermeide impulsives Handeln und hole dir bei Bedarf Rat oder eine zweite Meinung ein, um sicherzustellen, dass du eine gut informierte Entscheidung triffst. Der Arbeitsplatz kann unverhofft zum Schauplatz einer wichtigen persönlichen Verbindung werden. Ein Gespräch mit einem Kollegen oder einer Kollegin oder einer beruflichen Bekanntschaft könnte eine tiefgreifende intellektuelle und emotionale Übereinstimmung offenbaren. Selbst wenn du diese Person schon eine Weile kennst, könnte das heutige Gespräch zu einem tieferen Verständnis oder einer neu entdeckten Wertschätzung eurer gemeinsamen Interessen und Standpunkte führen. Diese Begegnung könnte der Beginn einer bedeutenden Beziehung sein, sei es beruflich, kreativ oder persönlich, die sich durch eine starke und bedeutungsvolle Verbindung auszeichnet. Heute stehen die Sterne günstig, um dich an die Schönheit der vorsichtigen Schritte zu erinnern. Es ist ein Tag, an dem sorgfältige Überlegung zu deinem größten Verbündeten wird und dich dazu einlädt, jeden Moment und jede Entscheidung mit Achtsamkeit und Anmut zu genießen. Nimm die Gelegenheit wahr, langsamer zu werden und die Feinheiten deiner Reise zu schätzen. Diese achtsame Herangehensweise wird dein Vorankommen nicht behindern, sondern deine Erfahrungen bereichern und es dir ermöglichen, Einsichten und Chancen wahrzunehmen, die dir sonst vielleicht entgehen würden. Denke daran, dass Vorsicht heute nicht bedeutet, dein Potenzial einzuschränken, sondern dein Bewusstsein zu erweitern und deine Verbindung mit der Welt um dich herum zu vertiefen. Lass dies ein Tag der sanften Entdeckungen und des bedachten Fortschritts sein, der den Weg für eine Zukunft voller Weisheit und wohlüberlegter Triumph verebnet. Obwohl der Mond im kommunikativen Zwilling steht, kann sich der heutige Tag überraschend ruhig und beständig anfühlen und das Gefühl der Zuversicht vom Vortag fortsetzen. Diese Ruhe wird durch die Konjunktion der Sonne mit Pluto im Steinbock beeinflusst, die zur Selbstbeobachtung und zur Beseitigung negativer Einflüsse in deinem Leben anregt. Es ist ein idealer Zeitpunkt, um sich von ungünstigen Gewohnheiten oder Verbindungen zu befreien. Außerdem kann dieser astrologische Aspekt deine Kreativität deutlich steigern und dir einen Schub an Inspiration und den Antrieb geben, kreative Projekte oder künstlerische Bemühungen zu verfolgen. Nutze diesen Tag, um dich auf dein persönliches Wachstum und deinen kreativen Ausdruck zu konzentrieren und dich von Dingen zu trennen, die nicht mehr in deinem Interesse sind. Nun geht es gleich weiter mit deiner Taro-Lesung. Doch bevor wir dazu kommen, noch eine wichtige Nachricht. Wenn du dich von den ermutigenden Botschaften, die wir in unseren täglichen Horoskopen vermitteln, angesprochen fühlst, laden wir dich ein, unseren Kanal zu abonnieren und Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Wenn du unseren Kanal abonnierst, verpasst du nie wieder die kosmischen Ratschläge, die deinen Tag erhellen und dich auf deinem Weg zur Größe inspirieren können. Und vergiss nicht, einen Daumen hoch zu drücken, um deine Wertschätzung für die positive Energie zu zeigen, die wir in dein Leben bringen wollen. Dein Interesse beflügelt nicht nur unsere Leidenschaft, sondern hilft auch, die kosmische Weisheit an andere weiterzugeben, die sie brauchen. Außerdem freuen wir uns, von dir zu hören, also hinterlasse einen Kommentar und lass uns wissen, wie die Sterne dich heute leiten. Lasst uns gemeinsam diese kraftvolle kosmische Verbindung nutzen und die Welt mit Positivität und Liebe erhellen. Danke, dass du ein Teil unserer himmlischen Reise bist. Es geht weiter mit unserer täglichen Taro-Lesung, bei der du einen schnellen Einblick für den Tag erhältst. Wir ziehen drei Karten, um die wichtigsten Einflüsse für deinen Tag zu verstehen. Diese inspiriert dich, eine Perspektive zu gewinnen und fundierte Entscheidungen zu treffen. Los geht's! Die 10 der Kelche ist eine Karte, die ein hohes Maß an emotionaler Zufriedenheit und Glück in deinen persönlichen Beziehungen und deinem Familienleben symbolisiert. Sie spiegelt eine Zeit wieder, in der du dich mit den emotionalen Beziehungen, die du zu anderen aufgebaut hast, vollkommen zufrieden und glücklich fühlst. Diese Karte unterstreicht das Gefühl der Einheit, der Liebe und des gegenseitigen Respekts in deinem engsten Umfeld und trägt zu einem tiefen und dauerhaften Gefühl der Freude bei. Sie ist eine Aufforderung, die starken emotionalen Bindungen, die du mit deiner Familie und deinen Freunden teilst, nicht nur anzuerkennen, sondern auch zu feiern. Die 10 der Kelche deutet darauf hin, dass diese Beziehungen eine Quelle tiefer Erfüllung und Freude in deinem Leben sind. Das As der Kelche steht für den Beginn neuer emotionaler Erfahrungen und signaliert das Aufkommen neuer Gefühle der Liebe, des Mitgefühls und der emotionalen Zufriedenheit. Diese Karte zeigt das Potenzial für neue und tiefe emotionale Verbindungen an und deutet darauf hin, dass du dein Herz für neue Liebeserfahrungen öffnest. Es könnte auf den Beginn einer bedeutenden emotionalen Reise oder Beziehung hindeuten, die Möglichkeiten für Liebe, tiefe Verbindungen und spirituelles oder emotionales Wachstum bietet. Das As der Kelche ermutigt dich, die Fülle der Liebe um dich herum zu begrüßen und anzunehmen und dir selbst und anderen mit Mitgefühl und Verständnis zu begegnen. Diese Karte verkörpert die Qualitäten von Verantwortung, Verlässlichkeit und Zielstrebigkeit. Der Ritter der Münzen steht für eine praktische, fleißige und geduldige Denkweise, die für die Verwirklichung deiner Ambitionen unerlässlich ist. Er steht für eine engagierte und fleißige Person, die bereit ist, sich für langfristige Belohnungen und Erfolge anzustrengen. Diese Karte erinnert dich daran, wie wichtig Disziplin und methodische Planung in allen Bereichen des Lebens sind und ermutigt dich, beständig und beharrlich auf deine Ziele hinzuarbeiten. Die Kombination der Zehn der Kelche, des As der Münzen und des Ritters der Münzen in dieser Deutung deutet auf eine Zeit hin, die von tiefer emotionaler Erfüllung und dem Potenzial für neue Anfänge in deinem Gefühlsleben geprägt ist. Die Zehn der Kelche deutet auf eine Phase der Zufriedenheit und des Glücks in deinen Beziehungen hin und unterstreicht die Bedeutung des emotionalen Unterstützungssystems, das du mit deinen Liebsten hast. Das As der Kelche eröffnet dir die Möglichkeit neuer emotionaler Erfahrungen und Verbindungen und weist auf eine Zeit der emotionalen und spirituellen Entwicklung hin. Der Ritter der Münzen erdet diese emotionalen Erfahrungen mit einem Aufruf zur Verantwortung und Sachlichkeit und erinnert dich daran, dich zu konzentrieren und fleißig auf deine langfristigen Ziele hinzuarbeiten. Diese Tarotdeutung deutet auf ein harmonisches Gleichgewicht von emotionaler Freude, neuen Anfängen in der Liebe und stetigem Fortschritt hin. Es deutet darauf hin, dass du sowohl emotionale Zufriedenheit als auch materiellen Erfolg erfahren kannst, wenn du dich der Liebe hingibst, tiefe Beziehungen pflegst und diszipliniert vorgehst. 2 2 Vielen Dank.